Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable mit der May Northcake hier neben mir. Wir machen heute ein Championat zusammen, aber eine kleine Challenge. Und zwar werden wir versuchen, nicht zu springen. Genau. Und ich glaube, das wird auch ganz schön schwierig sein. Ja, das glaube ich auch. Ja, das letzte Mal haben wir auch ganz schön gefehlt. Mal gucken, wie es dieses Mal wird. Ich hoffe, wir schaffen es. Ich hoffe auch, dass wir es schaffen. Aber eigentlich dürfte ja hier in Silverglade nichts sein, wo man nicht vorbeikommt, wenn man nicht springt. Eigentlich schon. Ich glaube, wir können ja einen Ersatzsprung nehmen, falls wir überhaupt nicht mehr darüber kommen. Ja, genau. Genau, ein Ersatzsprung hat jeder frei. Das ist doch auch eine gute Regel. Okay. Wollen wir uns dann gleich wieder treffen, wenn die Gruppen eingeteilt worden sind? Ganz genau. Dann geht es gleich los, würde ich sagen. Genau, bis gleich. Gruppen wurden eingeteilt. Ich bin in Gruppe 1 und Windy ist in Gruppe 2. Das heißt, wir sehen uns leider nicht, aber wir können das ja trotzdem separat sehen. Genau. Das ist, glaube ich, auch echt interessant. Ja. Also ich werde nachher auf jeden Fall in dein Video reinschauen. Ich werde auch bei dir vorbeischauen. Ich habe meine Champi-Sachen auf jeden Fall drauf und jetzt geht's auch. Oh Gott, ich auch. Aber ich habe echt das Gefühl, so ein bisschen, dass meine Frise ein bisschen lahm ist. Oh, bei dir geht's los, habe ich gehört. Ja. Ich hoffe, es leckt gleich nicht so. Und nicht springen. Okay, nicht springen. Ich muss mich ja drauf einstellen. Genau. Also am Anfang geht es eigentlich noch ganz gut. Ach ja, die, das, was mit der Anfangs-Spring-Dings, da muss man so an... Du kannst ganz links vorbei reiten. Okay, ich bin so oft zugelaufen. Und voll gegengeprallt. Also springen ist nicht möglich. Ähm, hast du gerade nicht so bis hier... Oh nein. Oh Gott. Oh, das ist ja echt schwierig, nicht zu springen. Aber... Oh, mein Hund schweigt. Okay, es geht aber vorbei. Okay, ganz langsam. Es geht. Ich habe noch Zeit. Es hat noch Zeit. Zwölf Sekunden. Ja, man hat hier gut Zeit. Ja, das stimmt. Oh oh. Okay. Nimm die Finger weg davon. Oh, rumrum. Oh, gerade hat's einen Leckanfall. Uh. Ja, jetzt geht's. Okay. Okay. Ich muss mich echt zusammenzuseißen. Nicht so springen. Sound. Achtung. Oh, oh, wo muss ich denn hier lang? Oh nein. Also ich bin gerade schon auf dem Feld. Das ist ja... Ich bin jetzt beim Schloss. Laufe jetzt zum Schloss hoch. Hallo Schloss, guten Tag. Guten Tag. Na, wie geht's? Schon lange nicht mehr gesehen. Oh, hier ist ja auch so eine blöde Barriere. Na ja, quasi. Ich laufe immer gegen die Barrieren. Ja, ja. Ich glaube, da muss man es auch. Oh, 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 oh. Ein Baum. Also das bei den Kühen müsste auch klappen, ja. Könnten rein theoretisch auch nichts dabei davon früher machen. Oh, bitte. Außer, dass sie halt überall gegen laufen. Da traue ich mich jetzt nicht durch. Ich glaube, ich bin sowas von Letzte. Ich bin zwölfte. Krass. Zwölfte? Cool. Ich habe jetzt kein Interface gerade an. Achso, du machst das immer aus, ne? Ja. Aber ich glaube, ich bin mega Letzte. Oh, jetzt muss ich mich beeilen. Nur noch eine Minute. Und das ist dann vorbei. Und wo bist du schon? Ich bin jetzt auf dem Feld. Oh, ich bin im Ziel. Los, lauf. Es kommt... Oh. Das ist halt echt blöd, wenn man doch gegen die Barrieren kracht jedes Mal. Das kostet Zeit. Das stimmt. Aber ich bin nur einmal irgendwo gegen gekracht. Also, es geht. Es ist möglich. Habe ich jetzt nicht so erwartet, dass das so einfach ist. Ja. 49 Sekunden. Los, lauf! Oh Gott, wie soll ich denn da hinkommen? So, einmal hier rein. Bist du gerade bei den Kühnen? Ja, ich bin jetzt an den Kühnen gerade vorbei. Sehe jetzt die Schafe. Und bin jetzt hier bei Landon vorbei, wo der steht. Umwasserturm. Oh, ich glaube, ich schaffe es nicht mehr. Nein, wirklich? Oh. Oder schaffe ich es noch? 16. Doch, ich schaffe es noch. Ich schaffe es noch! Yay! 13, 12, 11, 10, 9. Ja! Wir schafften! Glückwunsch! Oh, das war aber knapp. Ja. Ich bin Platz 11. Krass. Wow. Warte mal, ich bin mal eine Gruppe. Tut mir leid, Melissa. Ich habe gar nicht geguckt. Ich glaube, ich bin auch Platz 11 oder 12. Okay, es ist also möglich, nicht den letzten Platz zu machen, auch wenn man nicht springt. Ja. Habe ich nicht erwartet. Ich bin neben dir. Ja, da bist du. Hi. Vielleicht müssen wir das nochmal mit einer anderen Strecke demnächst machen. Ja. Oh, da kommt ein Riesen-Urpferd. Ja, verdeckt alle. Beide U-Pferde hier bei mir. Oh Mann. Ich glaube, mein Laptop überhitzt dich gerade. Oh je. Okay, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, für das tolle Champion-U-Nord. Hat mir echt Spaß gemacht. Müssen wir wiederholen? Ja, unbedingt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.